Hallo! Es geht weiter mit der Runde Battle 4 3. Diesmal zocken wir eine Runde rasch auf Damowand Peak. Ah, du hast nur noch 9 Tickets. Eieie, guck mal, wir sind spät hier rein. Ah, es lohnt sich ja gar nicht mehr einzusteigen. So ausschaut. Eieiei, naja, warten wir mal ab, nächste Runde. Super Beginn. Wieder mal. Ich glaube die Stelle schneide ich raus. Ja, mach ich. Angreifer spielen wir. Ah, machen wir hier mal Snuby. So, ist gut. Ja, würde ja gerne die JNG 90 nehmen. Da habe ich noch keinen Aufsatz freigeschaltet. Weil ich ja kaum mit dem Scharge ist ins Spiel so. Deswegen mal zeigt, dass ich da mal ein bisschen Punkte investiere. Oder Punkte sammle ich. Da ist einer. Oh komm, was ist denn mit der Maus hin? Oh komm, was ist denn mit der Maus hin? Das ist genau die richtige Methode. Ganz von rechts da. Oh, was ist denn hier mit meiner Steuerung heute? Na ja, du bist tot. Jetzt, den habe ich auch. Jetzt, den passt da, den passt. Guck mal wie geht dann mit dem schlafen войn. Gefährlich, Die Wahlen. Pfechen nun her.... Naja, der guckt hier direkt zu uns. Ich geh mal hier wieder runter. NEIN! Oh, ich wollte da wieder in Deckung gehen. Schade. Wollte mir damit einen besseren Blick verschaffen. Ich bin leider daneben gegangen. So. Wieder über rechts. Oh, ey. Ja, reden und spielen ist so eine Sache. Ich muss mich jetzt mal mehr konzentrieren. Guck mal. Ey, das gibt's doch nicht. Und da wieder runter. Das gibt's doch nicht, ey. Was ist denn das? Wo war der denn? Ich war da auch versteckt im Gras. 4-4. Ja, ja, ja. Ist ausbaufähig. Da, da. Der ist weg. Oh. Ach ne, das ist weit hinten. Da hinten ist er. Okay. Der ist auch weg. Hier ist dein Medkit. Geh mal da oben da. Weg dich, weg dich. Ich hab hier unten alles schon im Griff. Komm mal so ruhig runter. Wisse. Da oben ist jemand. Da oben ist einer. Komm mit deiner... Mit der Heilung hier. Ach so, da ist gar kein Feind. Kommt da oben da oben, da kommt einer. Kommt da oben. Kommt da oben. Das hat ihn nur entdeckt hat. Geh runter man! Danke! Danke! Ah, man muss jetzt mal aufstehen, ist das doof! Wir sind auf A, zu A! Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut! Oh Gott, oh Gott! Ich dachte, er hätte sich nicht hier versteckt, aber... ...wiegendwann... ...wiegendwann bin ich aus den Augen verloren, aber... Gleichzeitig wollte ich jetzt auch an die... ...an die End kommen! Jetzt ist mein Plan nicht aufgegangen, leider! Boah! Ein bisschen nach hinten, ein bisschen nach hinten! Blööder Mörser! Blööder Mörser! Oh komm! Oh Mann ey, nehm ich mich unter den Beschuss! Wie sieht's denn aus eigentlich? Von den Fünfen oder? Oh! Oh, es wird! Unter, unter, unter! Jajajajaja, gefährlich, gefährlich! Boah, wer liegt da? Lag der da, ey! Oh Mann, was ist denn das? Oh Mann, was ist denn das? Ja komm komm komm, hol mich, hol mich! Komm, ripps mich bitte! Hierbleiben! Komm! Noi! Noo! Gut! Kann ich mal ein Tor runtergehen? Tor komm! Sind da einer, wo ist denn da einer? Wo müssen wir da an die N-Com ran? Ja, die sind immer noch... Ja, schön! Funktioniert eh schon mal... Was denn jetzt stoppt? ... Zugang ist nicht frei, komm nicht ran! Schade! Mann! Schade! Wir müssen da jetzt noch... Wir müssen da jetzt irgendwo noch packen! 44 Tickets, wir müssen jetzt ran, wir müssen da jetzt ran Mal schauen, schauen jetzt Oh ARD Text im Auftrag von Funk Komm, komm, komm Oh, was ist denn, meine Scheiße Zielen ist halt nicht mein Ding Irgendwie Irgendwie Ich versuch's mal, ich versuch's Du machst das Ich geh, ich geh Ich geh, ich geh Ah, Mist Ah, ja, links erst mal weghauen müssen Habt ihr eigentlich auch gesehen Aber irgendwie wollte ich da versuchen Ah, ja Oh Ah Was soll ich's machen? Der Monster ist da direkt in der Schusslinie Hier Na, schmoren bei denen mal nicht Noch 16 Tickets Ah, nee, wir sind eng Geht knapp, wird knapp Es muss doch irgendwie noch zu schaffen sein Also ich Habe doch irgendwie noch das gute Gefühl Dass wir das noch umbiegen Ja, ja Es ist aktiv Engkong ist scharf Sehr gut Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Bitte, bitte, bitte Kommt, ihr habt da, zu uns Yes Wir haben's Super Super